Willkommen bei der ASMR Sims 4 Inselfamilien Challenge. Dies ist ein ASMR Video. Es dient also der Entspannung und soll beim Einschlafen helfen. Daher geht es hier ganz gemütlich zu. Außerdem ist es eine Challenge des Spiels Sims 4. Robin und Ronja wollen viele Kinder bekommen, die nach und nach die ganze Insel besiedeln sollen. Dies ist Teil 45. Ja, der Robin hat gerade gegessen, zusammen mit seinem Erwachsenen Sohn Tobi. Wir haben jetzt viele große Söhne. Und wir haben auch zwei Schulkinder und das eine, das Mädchen, sieht von der Frisur her genauso aus wie ihr Bruder. Und darum gehen wir mit ihr mal in die Bearbeitung. So, dann mache ich mal Testing, Sheets, True. Dann muss ich mit ihr nicht extra zu einem Schrank rennen, sondern kann das so machen. In Erstelle einen Sim ändern. Ich werde da jetzt kein großes Umstyling machen, sondern in erster Linie kriegt sie eine mädchenhafte Frisur, damit ich sie auch immer erkenne. So, was können wir denn da nehmen? Mal gucken. Ja, es gab da auch ein paar neue. Ne, dieses hier ist nicht neu. Aber schön. Hm, dieses hier ist neu. Ja, ich denke, darum nehme ich mal diese Frisur. Ja, die gefällt mir auch gerade ganz gut. So, und dann schauen wir mal. Ich denke mal, das, was sie jetzt hier anhat, sieht zwar hübsch aus, aber die Farbe macht sie blass. Das ist schon etwas besser, aber so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Vielleicht hier so ein Tieroberteil. Nee, auch nicht unbedingt. Mal gucken, ob es da auch was Neues gab. Dies hier sieht vielleicht schön aus. Ja, das steht hier gut mit so einer Katze. Und die Hose muss jetzt nicht unbedingt zerrissen sein für meinen Geschmack. Ja, das finde ich besser. Und sie braucht eigentlich keine Wanderstiefel, aber vielleicht Socken erst mal. Weil die Hose so hochwasserig ist. Gucken wir mal, ob es die auch im Blau gibt. Ja, aber das Blau ist ziemlich anders als die Hose. Hm, das macht jetzt auch nicht so viel Unterschied. Und zwei verschiedene Socken. Nö, das muss nicht sein. Ich denke mal, ich nehme das so. Und dann kriegt sie vielleicht Turnschuhe an. So, ja, das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Und Schlafanzug. So ein bisschen kalt oben rum. So. Und die Hose machen wir dann in einer anderen Farbe. Damit das besser passt. Ja. Oder gibt es das hier auch in lila irgendwo? Dies hier gibt es bestimmt. Hm, das ist schon fast zu dunkelblau. Ja, ich finde, das passt vom Stil her ganz gut zusammen. Gut. Dann gucken wir doch gerade noch mal den Joel an. Ah, das sieht ein bisschen trist aus. Man muss es ja mit der Tristesse auch nicht übertreiben. Das finde ich schon besser. Das sieht irgendwie drollig aus. Und die Hose. Hm, ein bisschen zu fleckig. Besser so. So, und das? Nee, Junge. Es ist zwar witzig irgendwie, aber... Gibt es das auch ohne Totenkopf? Nö. Dann nimmst du das hier. Und Schuhe brauchst du denn zum Schlafen eigentlich nicht. Dann gucken wir hier noch mal die Großen durch. Das geht eigentlich. Die Ronja ist sowieso klar. Der Leim. Das geht auch. Ja, und die sind ganz gut gefüttert worden von der Ronja. Also, im Sinne von bekocht. Weil gefüttert wurden die ja schon lange nicht mehr. Ja, gut gebaut. Kräftig. Ja. Und als nächstes plane ich, ein neues Baby zu machen. Wir brauchen im Prinzip noch ein Baby oder einmal Zwillinge. Damit die jetzigen jungen Schulkinder zusammen mit dem oder den nächsten Kindern dann das große Grundstück besiedeln können. Und ich wollte auch noch mal die Freundinnen von den beiden Laim und Tobi einladen. Aber es ist jetzt schon recht spät, obwohl ich meine... Jetzt gucken wir mal. Der ist noch ziemlich wach. Der Tobi auch. Dann lasse ich die Ronja mal wieder herkommen. Und der Robin... Ja, der scheint ganz zufrieden. Das macht eigentlich der Jamie. Der hat Obstkuchen gegessen und der schmeckt ihm nicht gut. Ja, wahrscheinlich muss der Jamie auch was für seine Arbeit tun. Und zwar Bücher schreiben. Dann lasse ich den gerade noch mal Bücher schreiben. So. Der Arme. Sieht schon ziemlich vergrätzt aus. Aber ich wette, wenn der mal am Bücher schreiben ist, wird es ihm wieder besser gehen. So. Und dann lasse ich Ronja und Robin zusammen ein neues Baby machen. Ja, und ich sehe schon, der Garten braucht auch mal wieder Pflege. Vor allem geerntet werden muss er. Und Name des Buches, ja, das nehmen wir so. Und der Laien. Der soll doch mal seine Süße einladen. Gut, das ist die Shivan Fires oder Fires. Sieht man ganz deutlich an den Rosanenbalken. Und der Tobi soll seine Süße einladen. Denn die möchte ich auch beide möglichst bald verheiraten. Ah, die hier, die freuen sich schon auf ihr Techtelmächtel. Und dann bin ich gespannt, ob die Ronja gleich schwanger ist. So. Das können wir gleich mal wegschmeißen. Ja, es ist Samstag. Dann können die eigentlich machen, was sie wollen. Oder wir gucken mal. Ah, Candy Bear wird gleich da sein. Das ist gut. Ja, die sollte dann schon Hausaufgaben machen und an ihren Leveln arbeiten. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Besuch. Über Interessen reden. So, und nach Tag fragen. Fotos teilen ist ein... Oh, abgeschlossenes Bestreben. Oh, ganz von alleine. Beziehungen erfordern Fleiß und Hingabe. Mit ein wenig von beidem und ganz viel Liebe hat Ronja ihren Traum verwirklicht, die perfekte Gattin zu werden. Verdientes Merkmal, Gesellschaft, neue Interaktion mit dem Gatten freigeschaltet. Und beim Robin habe ich das Bestreben wohl nicht aktiv, doch. Oh, er muss nochmal eine Verabredung mit der Ronja machen. Dann hat die eine wohl bei ihm nicht gezählt. Gut, das werden wir dann demnächst mal machen, weil das ist ja schön, wenn man ein Bestreben geschafft hat. So, und Ronja, ich weiß, dass du zwar schon eingeschlafen bist, aber mir wäre es ganz lieb, wenn du mal ein Schwangerschaftstest machst, dann wissen wir nämlich, was Sache ist. So, und der Tobi, der kann nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und dann lassen wir ihn romantische Sachen machen. So. Oh, Ronja ist schwanger. Sehr schön, sehr schön. So. So, mal mit ihr Nummern austauschen. Und Bewunderung ausdrücken, kommt auch immer gut an. Na. Jetzt ist hier auch die Skiwan da. Da werde ich jetzt dem Tobi mal ganz viel zu tun geben, damit ich mich dann auch um den Laien und die Skiwan kümmern kann. Eigentlich ist es natürlich immer besser, wenn man nur mit einem Sim gleichzeitig solche Beziehungsaufbau treffen hat. Aber es sind nur mal Zwillingsbrüder. So, okay, jetzt ist seine Warteschlange voll. Dann kann ich jetzt mal zu dem Laien gehen, der schon wieder am Computer sitzt. So. Gut. Und der soll sich um die Skiwan kümmern. Die freuen sich gerade darüber, dass Ronja wieder schwanger ist. Das ist doch gut. So. Jetzt könnten wir hier auch zur Romantik übergehen. Ich hoffe ja, der kommt. Ach, da ist er ja. Das ist schön. Ja. Jetzt könnte er noch ein Kompliment machen. Ups. Und ja, vielleicht noch ein von Herzen kommendes Kompliment. Und umarmen. Dann verbessert sich auch die Freundschaft. Okay. Der kann sie auch mal fragen, ob sie Single ist. Ich denke zwar, sie ist Single, aber... Nein, das kann man nicht oft genug fragen. Hm, jetzt ist seine Warteschlange voll. Und kümmern wir uns. Tobi, lässt du deine Freundin einfach so stehen? Was soll denn das? Jetzt läuft die noch weg, Tobi. Ich gehe mal aus dem Wasser raus. Oh, und Shivan und Lime sind soeben beste Freunde geworden. Das ist gut. So, flirten und über Interessen reden. Du könntest mal kommen. Ja. Und umarmen. Und ja, ihr könntet hier mit dem Flirten auch mal weiterkommen. So, Nummern austauschen muss man auch immer mal wieder. Und... Okay. Ja, die sind noch am Palabern. Da ist dieses Klettergerüst im Weg. Bitten einzuziehen. Aber die lassen wir jetzt nicht einziehen. So. Die sollen... Ja, Freunde werden und dann... Also beziehungsmäßig Freunde. Und dann will ich die verheiraten. Und die Häuser habe ich schon gebaut für die... Für beide Paare. Oh. Jetzt haben wir den ersten Kuss. So. Sehr gut. Ja, jetzt mache ich einen Screenshot. Okay. Jetzt könnt ihr weiter küssen. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Dann lasse ich die gleich noch... Oh, sie könnten schon... Jetzt schon Techtel-Mächtel machen und Baby machen. Jetzt zählen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Ah, die könnten ein Baby machen, weil sie woanders wohnt. Das würde ihre Beziehung natürlich schnell voranbringen. Oder haben wir überhaupt genügend breite Betten? Ah ja, wir haben ja da dieses... Dieses Hochzeitszimmer ausgerichtet. Ja, dann lasse ich die mal Baby machen. Und danach ist die Romantik dann auch gut genug, um Freund zu werden und... Und du, Tobi, hast sie wieder laufen lassen? Wo ist sie denn hin? Deine Hulde? Hat sie sich irgendwo an den Computer gesetzt? Ah, ja. Das machen wir immer gerne. Ja. Tja, mein lieber Tobi. Du hast jetzt im Prinzip was nachzuholen, aber er hat auch als... Oh, als Letzter angefangen. Wo ist... Wo sind die da? Im Elternschlafzimmer? Ja. Okay, im Elternschlafzimmer. Also, na gut. Dann lasse ich die jetzt noch ein wenig palabern. So, und Ronja sieht schon sehr schwanger aus. Okay. So. Ja, den gebe ich einfach noch mal alles Mögliche zu reden und zu flirten und Komplimente und... Vielleicht kriegen wir dann ja heute auch noch den ersten Kuss. Ja. Na komm. So, gucken wir mal bei Romantik. Nein, die sind noch nicht so weit. Oh, das kann auch noch eine Weile dauern. Ich denke mal, das nehmen wir uns dann fürs nächste Mal vor. Ja, Bewunderung ausdrücken ist auch immer gut. Okay, jetzt geht Sheevan... Geht sie? Wo ist sie? Ja, sie geht einfach so. Und er ist auch sehr zufrieden wegen seinem ersten Techtelmechtel. Jetzt versuchen wir mal... Auf Wiedersehen, ja. Er könnte ja noch sie einladen, über Nacht zu bleiben und mal gucken. Sie fragen, ob sie Freundin sein will von ihm. Ja, gut, sie bleibt. Das ist schön. Dann können die da oben in dem Animon-Bett schlafen. Jetzt sind sie ihr Freunde. Und mal gucken. Einen Kusshauch. Die hätten jetzt noch viele Techtelmechtel... Einen Heiratsantrag könnt ihr hier schon machen. Hm. Hm, das machen wir nächstes Mal. Aber vielleicht machen wir noch ein Techtelmechtel im Observatorium. Oder vielleicht Baby machen im Observatorium. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Hm, nur Techtelmechtel. Ich gucke mal, ob ich auf das Observatorium klicke. So. Und die dann hier Baby machen. Jawohl. Mit Sheevan. Okay. Dann könnt ihr das jetzt machen. Und erst nochmal gehe ich zum Tobi. So. Der könnte jetzt auch erst einen Kuss erleben. Ja, ich denke mal, das versuchen auch. Einladen, über Nacht zu bleiben. Oh, sie ist schon auf dem Weg. Nun gut, nächstes Mal. Aber der Laien ist schon ziemlich weit gekommen. Ja, er steht jetzt so ein bisschen da. Ja. Gut. Du hattest auch einen schlechteren Start. Aber jetzt seid ihr auch so weit. Nächstes Mal wird das was, Tobi. Mochtest du dir keine Sorgen machen. Ja, er denkt jetzt wohl an sie. Und sie ist einfach weggegangen. Ja, sie war auch ziemlich lange da. Am besten gehst du mal ins Bett, mein Lieber. So, welches ist denn überhaupt dein Bett? Dies hier vielleicht. Dies hier vielleicht. Und der Jamie hat ja sein Buch geschrieben. Ja, der muss noch viel tun für sein Bestreben. Nee, er hat nur von 50 Prozent. Aber er hat morgen auch keine Arbeit. Okay. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.